Kodi Media Center kann ganz einfach auf Ubuntu installiert werden. Ich verwende Linux Mint in diesem Video. Ich habe bereits die Wiki-Seite von Kodi geöffnet, mit deren Hilfe wir nun Kodi installieren. Dafür öffne ich als erstes ein Terminal und verschaffe mir Super-User-Rechte. Danach führe ich die vier Kommandos aus dem Wiki aus. Diese benötigen teilweise eine Bestätigung. Das geht dann entweder mit J und Enter oder nur mit Enter. Das letzte Kommando aus der Liste ist die eigentliche Installation. Nach der Installation können wir Kodi direkt aus dem Menü öffnen. Kodi ist nun direkt einsatzbereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017